Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder eine Itemshop-Folge und zwar an dem 4.10. schauen wir mal wieder in den Itemshop rein. Genau, so lange könnt ihr auf jeden Fall auch gerne noch meinen Creator-Code im Shop eingeben, Topsy4Gaming. Ganz easy. Ihr könnt auch gerne noch ein Like und ein Abo da lassen und auch auf jeden Fall die Glocke aktivieren, um keins meiner Streams, keines meiner Videos und keines meiner Shorts mehr zu verpassen. Okay Leute, ich würde sagen, wir starten rein. Wir haben als allererstes das Alexa-Spin-Die-Lexa-Spin-Paket drin. Okay, wir schauen rein. Wir haben hier Glitzerschädel-Skin aus Kapitel 2, Season 7. Für 2100 V-Bucks kostet das ganze Paket. Ich finde diesen Hengel-Gleiter ganz cool. Wir haben hier noch die spitze Achse. Sieht auch richtig cool aus. Wir haben noch römisches Licht und Peiletten. Das ist so Glitzerzeug. Sieht alles ganz cool aus. Haben wir hier nochmal die Preise. Seht ihr jetzt gerade nochmal. Okay, dann weiter mit vorgestellt. Ione ist ein Outfit für 1400 V-Bucks. Wir gehen mal rein. So sieht das aus. Sieht eigentlich ganz cool aus. Mit der Spitzhacke und dem Rückenaccessoire. Okay, dann haben wir hier noch mächtiger Blutmond. Graben-Schwingen für Fluchte-Sichel für 800 V-Bucks und 1200 V-Bucks. Dann haben wir Grabe einmal für 1500 V-Bucks aus Kapitel 2, Season 8. Cooler Skin eigentlich. Kann man sich holen. Das ganze Paket kostet 2200 V-Bucks. Haben wir 1300 V-Bucks. Rabatt, meine Freunde. Okay, wir haben hier wieder 600 V-Bucks Rabatt mit dem Lucien West-Paket. Lucien alleine kostet 1200 V-Bucks. Ihre Spitzhacke oder seine Spitzhacke. Stern des Westens kostet 800 V-Bucks. Und die Waffenlackierung kostet noch 300 V-Bucks. Wir schauen uns mal den Skin an. Finde ich eigentlich ganz cool mit diesen Haaren und hier mit dem Amulett da. Dann schauen wir uns mal das Backpack an. Das finde ich richtig cool, weil das bewegt sich auch so leicht, glaube ich, oder? Ja, bewegt sich auch leicht, wenn man sich rumschüttelt. Ja, das ist echt cool. Ja. Das Backpack ist auf jeden Fall sehr cool. Kann man sich holen, weiß ich jetzt aber nicht, ob man es muss. Dann können wir Panda-Beauftragte für 2000 V-Bucks aus Season 5 uns mal anschauen. Oha, wie süß ist bitte dieser Skin eigentlich. Der sieht richtig süß aus. Cool, auf jeden Fall haben wir zwei Stils. Einmal ohne Panda-Kopf und einmal mit. Okay, für 2000 V-Bucks kann man sich holen. Finde ich auf jeden Fall geil. Dann haben wir hier ein Memento Mori-Paket für 1500 V-Bucks. Haben wir 500 V-Bucks Rabatt mit dem Skin Grabherz 1200 V-Bucks. Das kostet der. Und mit der gefiederte Krallenspitzhacke für 500 V-Bucks. Und einmal Trauersilber für 300 V-Bucks als Lackierung. Schauen wir uns einmal kurz den Skin an. Ja, kann man nichts zu viel zu sagen. Ist einfach so. Ja, eigentlich kann man wirklich nichts dazu sagen. Wir schauen mal weiter zu Aktienkurt. Kennt man mit diesem Pfeil hinten drauf. Ist ganz cool mit oben diesen zu genähten Kopf ein bisschen, oder? Ah, ne, ich sah gerade bloß aus. Hier mit dem zu genähten Ding da. Und dann haben wir noch Raptorian, der Tapfere. Okay. Ausgabe 2, sie sind 6 für 1200 V-Bucks im Shop. Dann haben wir Pömpelhacke für 800 V-Bucks. Einmal Sternenklar für 500 V-Bucks. Und den unendlichen Depp habe ich. Und Last Forever. Endlichen Depp können wir mal kurz abspielen. Kennt man einfach den Depp mal unendlich. Okay, das hier haben wir schon gehabt. Das hier hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon alles. Ich höre ich dafür gerne die anderen Parts an. Das hatten wir auch schon gestern im Shop. Das auch. Und wir haben, glaube ich, ein neues Paket. Müsste zumindest neu sein. Ah, ne, das hatten wir, glaube ich, gestern schon drin. Aber, das habe ich noch nicht gesagt. Wir haben hier das Triage Auroras Level Up Auftragspaket für 1200 V-Bucks. Kann man sich gönnen. Ist eine Spitzhacke dabei, eine Lackierung, ein Backpack unten. Cooler Skin eigentlich. Kann man sich wirklich holen. Okay. Sonst haben wir hier noch Grabbräuerer-Paket für 2800 V-Bucks. Und einmal Mainframe-Nostalgie-Auftragspaket. Und hier noch ein paar Club der Neinsager-Paket für 15 Euro. SS 1000 Auftragspaket für 12 Euro. Das Doppelagenten-Paket für 2500 V-Bucks. Und noch die Spitzhacken dazu für 1200 V-Bucks. Dann haben wir einmal das Auflöschungscode-Paket für 4 Euro. Und noch einmal Anime-Legenden-Paket für 20 Euro. Genau. Und zum Ende des Videos würde ich auch gerne nochmal sagen, lass gerne ein Like und ein Abo da. Und aktiviert auch gerne die Glocke, um keins mehr der Daily-Item-Shops oder anderen Videos oder anderen Streams oder anderen Shorts mehr zu verpassen. Gebt auch gerne nochmal einen Creator-Code TOPSY4GAMING im Shop ein. Dafür geht ihr einfach im Shop hier unten auf Unterstütze einen Creator und gebt dort dann den Code TOPSY4GAMING ein. Und drückt auf Annehmen. Damit habt ihr mich kostenlos unterstützt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.